Hallo, ich bin Jörg, ich bin 50 Jahre alt, ich wohne in Berlin und bin gerade der Casting-Agentur beigetreten. Ich bin, wie gesagt, 50 Jahre alt, ich habe Kommunikationsdesign studiert, habe mich dann auf Fotografie spezialisiert. Das heißt, ich habe also Erfahrungen vor und hinter der Kamera. Ich bin dann nach London gezogen, habe zwölf Jahre in London gelebt, habe dort unter anderem für viele Fashion Shows Fotos geschossen, habe unter anderem auch für WWM Westwood gearbeitet. Ich freue mich, mit euch zu arbeiten und mehr Informationen findet ihr in meiner Setkarte. Ciao!